Wo stehen wir heute? Erfahrungen und Daten aus Ländern, wo Daten einigermaßen sorgfältig erhoben werden – zu diesen Ländern gehört Deutschland nicht wirklich – weisen klar in eine Richtung. Der Übergang von der pandemischen Krise in einen neuen endemischen Zustand ist vollzogen. Die wirklich schweren Verläufe finden sich bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante mehr als halbiert. Natürlich gibt es über die zukünftige Entwicklung keine Garantien, so wie es sie noch nie gab. Die Vorstellung, die getroffenen Maßnahmen wirkten kausal, dem Infektionsgeschehen entgegen, war mehr eine Machbarkeitsüberzeugung als wissenschaftlich sauber begründetes Vorgehen. Ob Lockdowns, Ausgangssperren, Kita- und Schulschließungen oder Maskenpflicht. Nein und noch einmal nein. Eine wissenschaftlich saubere Evidenz für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen liegt in einer Eindeutigkeit, die die dramatischen, toxischen Nebenwirkungen eben dieser Maßnahmen rechtfertigen würden, nach wie vor nicht vor. Vielmehr erleben wir die Folgen eines Phänomens, das sich als China-Syndrom bezeichnen möchte. Die chinesischen Behörden waren es, die mit extrem restriktiven Maßnahmen gegen das Virus zu Felde zogen. Genau dieses Vorgehen diente zunächst Italien, dann den allermeisten Ländern als eine Art Verhaltensmatrize. Chinas Vorgehen und ihr Duplikat in der Lombardei entwickelten einen Modellcharakter. Alle politisch Verantwortlichen mussten bei Scheitern ihrer Bemühungen befürchten, an diesem Modell und dem vermeintlichen Erfolg dieser Strategie gemessen zu werden. Eine verhängnisvolle Dynamik griff um sich. Und viele etablierte Parameter, die in Jahrzehnten moderner Medizin erarbeitet wurden, wurden über Nacht verworfen und damit zahlreiche Maßstäbe verschoben. Die Dinge nahmen ihren Lauf und der Fokus wurde ganz und gar auf die vermeintlich alternativlosen Maßnahmen gerichtet. Doch nicht genug damit. Eine in der Psychologie sehr wohl bekannte Handlungsdynamik gipfelte das Ganze noch einmal auf. Zeigen nämlich aufwendig inszenierte Interventionen nicht den gewünschten Erfolg, so droht vor allem bei mangelnder Reflexionsbereitschaft eine sich immer weiter aufschaukelnde Interventionsdynamik, um nicht zu sagen Interventionswut. Der Erfolg kann diesen Denkmuster folgend dann nur noch durch immer mehr des Immergleichen erlangt werden. Länder wie Australien und Neuseeland, sie demonstrierten, dass selbst sehr lang angelegte, sehr rigide Maßnahmen, mittel- und langfristig keinen signifikanten Benefit brachten gegenüber Ländern mit weniger restriktiven Interventionen. Nicht ohne Grund hat Neuseeland diesen Sommer eine paradigmatische Wende hin zu mehr Selbstverantwortung der Bürger vollzogen. China dagegen demonstriert bis heute das Scheitern einer Null-Covid-Strategie und tut dies mit menschenverachtender Radikalität. Doch insbesondere die verunsicherten und wenig krisenerprobten Gesellschaften Europas und Nordamerikas, sie unterwarfen sich freiwillig und man möchte fast sagen gern dem von China angestoßenen Trend. Die Suche nach dem Heil in Anwendung technokratischer, rigider Maßnahmen. Es ist ein Kennzeichen menschlicher Wesensart, dass lebensbedrohlich erscheinende Krisen den Ruf nach einer starken politischen Führung und klarer, eindeutiger Maßnahmen erklingen lassen. Doch eine Konifizierung dieses Zustandes untergräbt auf Dauer genau das, was zu schützen es vorgibt. Die Selbstwirksamkeit, die Resilienz und damit die Gesundheit der Menschen. Insbesondere diejenigen, die aufgrund ihrer privilegierten Position von den ganzen Maßnahmen weniger hart getroffen werden. Insbesondere sie flirten bei so vielen täglich präsentierten Worst-Case-Szenarien mit einem zentralistisch und technokratisch geprägten Weltbild. All das vollzieht sich in Deutschland wie in kaum einem anderen demokratischen Land. Diejenigen, die die Deutungshoheit innehaben, möchten nicht ablassen von ihrer Interpretation der Dinge. Sie wollen vom Dauerkrisenmodus nicht herunter und somit auch Corona einfach nicht in die Normalität entlassen. Steht doch diese Normalität im Verdacht archaischer Enthemmung Vorschub zu leisten. Der mündige Bürger ist ein Relikt vergangener Tage. Der heutige Bürger muss geführt, muss erzogen werden. Und das nicht nur beim Thema Corona, aber eben auch hier. Beim neuen Infektionsschutzgesetz sprechen Rechtswissenschaftler von einer Infantilisierung der Bürger durch den Staat. Frisch geimpft, so lautet der neue Schlachtruf. Als solcher gilt aber nur, dessen letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt. Vierte Impfung für alle, die STIKO zögert. Karl Lauterbach träumt dagegen vom Impfdauerabo. Ein Gesundheitsminister, dem der Kampf gegen ein Virus Lebensinhalt und Lebenssinn zu schenken scheint. Dass wir uns nicht missverstehen. Ich bin davon überzeugt, dass Professor Lauterbach fest an das glaubt, was er sagt und alles, was er tut, sicher auch in bester Absicht tut. Genauso sicher bin ich, wissenschaftlich gesprochen, dass er eine sehr kritische Nähe zu seinem Forschungsobjekt eingenommen hat, mit diesem schier verschmolzen ist. Der Stolz, mit dem er in Israel verkündete, dass Deutschland im europäischen Vergleich die strengsten Maßnahmen habe, das zeugt von dieser ihm scheinbar sinn-spendenden Verschmelzung mit dieser Thematik. Doch mitnichten ist er allein, vereint mit seinen rot-grün-gelben Mitstreitern im Kampf gegen alles, was das geschaffene Narrativ anzuzweifeln wagt. Das Selbstbild von Besorgtheit, Moralität und Handlungskompetenz, das darf nicht beschädigt werden. Die Maxime des Handelns lautet, Bereitschaft zum Kampf an allen Corona-Fronten. Wirklich? An allen? Seit über 30 Jahren kämpfen Pflegekräfte um Anerkennung ihrer gesellschaftlich so wertvollen Leistung, um Würdigung ihres Berufsstandes und, nicht zuletzt, um Entlastung. Doch wem hat das vor dieser Pandemie schlaflose Nächte bereitet? Wo waren all die heutigen Befürworter strikter staatlicher Maßnahmen, die Kämpfer, wieder die menschliche Unvernunft mit ihrer plötzlich so neu erblühten Überfürsorge? Alles, so das neue Credo, wirklich alles gilt es zu tun, um den Corona-Tod eines jeden Menschen zu verhindern. Die politische Zunft hat das Thema Sicherheit für sich entdeckt. Auch hier darf man über die Gedächtnisschwäche vieler Bürger verwundert sein. Denn genau die Politiker, die seit Jahren taub für diesbezügliche Anliegen der Menschen sind, das heißt taub für reale Ängste von Menschen, die in ihrer Lebenswelt mehr Sicherheit einfordern, genau diese Politiker kennen nun kein anderes Thema mehr. Doch nein, es geht ja Politik nicht um Sicherheit im Allgemeinen. Denn nach wie vor zeigt sich im Wahrnehmungssystem der politisch Verantwortlichen eine Anosognosie. So nennt man in der Medizin einen Ausfall der Wahrnehmung des eigenen Unvermögens. Wer in Deutschland erleben möchte, was tatsächlich Gefahr bedeutet, der besuche ein Berliner oder ein Duisburger Freibad. Unsere politische Elite schützt in erster Linie ihre eigenen Erzählungen. Sie errichten Bollwerke um ihre Narrative herum, auf dass diese von der Realität nicht beschädigt werden. Was kümmerte es Deutschland, wenn alle Prognosen von den Professoren Lauterbach, Drosten oder Brinkmann im Hinblick auf die Entwicklung in Schweden, Großbritannien, Dänemark und vor allem Afrika so gnadenlos daneben lagen? Was kümmert es Deutschland, wenn alle Länder Europas mittlerweile einen Weg gefunden haben, mit der Ungewissheit, die durch Covid-19 noch besteht, angemessener umzugehen? Als es in das Konzept passte, wurden tägliche Vergleiche mit den Favelas Brasiliens und den Slums Indiens angestellt. Doch mit Kopenhagen, Stockholm oder London können wir uns auf gar keinen Fall vergleichen. Welch bittere Logik. Und ja, ein Stück Ungewissheit bleibt bestehen. Die Corona-Infektionen dürfen weder negiert noch verharmlost werden. Das ist nicht die Absicht dieses Videos oder dieser unserer Serie. Ein unerwartet schwerer Krankheitsverlauf kann niemals in Gänze ausgeschlossen werden. Aber diese Art von Unsicherheit, wie sie sich heute darstellt, war und ist stets Teil des menschlichen Lebens. Ein Lebensrisiko, das sich niemals in Gänze auflösen lässt. Und zugleich gilt es zu betonen, Gesundheit ist so viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit beziehungsweise die Abwesenheit von Infektionen. Ein Gesundheitsdiktat, das den Schutz eines jeden Lebens um jeden Preis anstrebt, wird am Ende, wenn die Gesamtbilanz gezogen wird, kaum Leben gerettet haben. Dafür aber wird es das beschädigt haben, was menschliches Leben erst wertvoll und lebenswert macht. Welch ein einfaches Maschinenmodell unseres Organismus in seiner bio-psychosozialen Komplexität hat sich da wieder in unseren Köpfen eingenistet. Ein Jahrzehnte während der Entwicklungsprozess und viele Erkenntnisse aus Hirnforschung, aus Psychosomatik und der Psychoneuroimmunologie, sie fielen über Nacht scheinbar einer Amnesie anheim. Der systemische Blick auf die komplexen Wechselwirkungen in unserem Organismus, wie auch im Verhältnis von Organismus und Umwelt, sie wurden reduziert und im Sinne einer einfachen Kausalitätsbeziehung simplifiziert. Hier das Virus, da die Maschine Mensch. Doch erst in der Passung des Menschen, in seiner sozialen Umwelt, formt sich in uns aus, was unser Sein Sinn und bedeutungsvoll macht. Wir leben nicht nur um des Lebens willen. Wir leben nur, um unseren Kindern einen sicheren und geschützten Rahmen zu geben, um unsere Enkel wachsen zu sehen. Wir leben für ein hoffnungsvolles Bild der antizipierten Zukunft. Wir leben für eine uns besielende Idee und für Werte, die uns über uns selbst zu erheben vermögen. Auch wenn es in den Ohren vieler befremdlich klingen mag, doch es gibt Dinge, die wichtiger sind als das eigene Leben. Fragen Sie eine Mutter nach Ihrem Kind oder eine Großmutter nach Ihrem Enkel. In einer immer mehr vereinsamenden Gesellschaft Menschen zu kasernieren, Kinder in der sozialen Umgebung und vieler Entwicklungsmöglichkeiten zu berauben, hochbetragte Menschen in Pflegeheimen zu isolieren und alleine sterben zu lassen. Das alles waren Akte der Hilflosigkeit und es waren Akte des Scheiterns. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020